So da, was geht Leute? Wir haben mal gedacht, wir starten jetzt mal gemeinsam Black Ops 2. Und zwar schaut mein Xbox inzwischen so aus, weil das Scheißding überhaupt nichts mehr lesen will. Und normalerweise, wenn ich Lade Öffnen drücke und dann wieder schließt, dann wird es zweimal kurz gedreht und dann passiert gar nichts. Also ich habe es nicht einfach nur per Spaß gelegt, nicht nur, sondern einfach, weil das Scheiß nicht anders mehr funktioniert. Ich habe das früher immer so gehalten, dass ich einfach draufkaut habe ein paar Mal, dann hat es das auch gelesen, aber im Endeffekt war dann die ganze Decke verbeult und das war auf Dauer auch keine gute Lösung, wenn wir die Hände beten haben, weil ich ein Spiel gestartet habe. Deswegen schauen wir mal, ob es das jetzt liest. Sonst schauen wir mal, weil normalerweise Lade Öffnen, Lade Schließen und dann normalerweise, ich kann nicht lesen. Okay, das war fail. Okay, wir müssen das hier mal wieder zusammenbauen. Here we go. Probieren wir nochmal. Das ist wirklich die Art, wie ich zur Zeit Black Ops 2 starte, das habe ich hier nicht zum Spaß. Genau das passiert jetzt. Lade Öffnen. Und das ist nicht nur, weil ich die Scheiße jetzt gelegt habe, das ist einfach immer so ein Problem. Jetzt schauen wir mal, wie wir das zum Starten bringen. Pass auf. Ich habe das einfach, keine Ahnung, ich habe das gestern keinem Erzeugt und haben uns beide in den Arsch abgelacht und haben mir gedacht, ich zeige das jetzt mal her, wie meine Higgsbox zur Zeit funktioniert. Lade Öffnen, Lade Schließen. Okay. Okay. Okay, nochmal. Übrigens, Audio über Kamera, deswegen zu kurzem. Nein. Nochmal. Das ist übrigens richtig geil. Here we go. Black Ops 2 startet. Man muss einfach, oder auch nicht, oder startet's. Oh mein Gott. So starte ich Black Ops 2 zu zweit. Wie es aussieht. Oder startet's jetzt, oder nicht. Ich weiß nicht, ist halt hier Arschlob-Wetcam, gell. Die steht hier einfach auf tausend Spielen. Und man hat sich zweig gesagt, ich weiß, ich fand das verdammt witzig. Und keine Ahnung, als ich gestern auch ein Arsch ab Glas wurde, ich habe immer nix wo es ausschaut. Oh mein Gott. Da fliegen wir nicht in die Fresse rein, oh Gott. Ja, ich denke, dann belassen wir's mir dabei. Und dann sehen wir's dann beim nächsten Mal. Ich glaube, Black Ops 2 starten nämlich jetzt. Ich habe Angst. Es ist auch überhaupt nicht laut, oder so Sachen. Okay, wir sehen's beim nächsten Mal. Macht's gut.